Warum darf ich nicht Fußball spielen? Warum darf er nicht mitspielen? Weil er anders ist natürlich. So was wie ein Jude will doch keiner beim Fußball spielen. Aber Juden haben entscheidend zur Entwicklung von Fußball und seiner Organisation in Deutschland beigetragen. Und dann wurden sie 1933 ausgeschlossen und verfolgt. Ab wann durfte ich spielen? Ab wann habt ihr Juden mitspielen lassen? Keine Ahnung. Und wie findest du es? Gar nicht toll, aber naja. Wie ist es heute? Würdest du heute zusammen mit einem Juden Fußball spielen? Mensch ist Mensch, unabhängig von der Religion. Hey, willst du mitspielen? Ja, ist okay.